Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube Kanal von WOTR. Heute sind wir zusammen mit des Teufelsrechten und unserem Jogeljoggen. Jogeljoggen auf seinem S-Kong und Teufelsrechte auf seinem Konflikt 430U. Das Ganze auf der Karte Klippe und das Gegner-Team ist natürlich besser aufgestellt wie sein Team oder ihr Team. Aber nichtsdestotrotz, mal schauen was wir machen können. ... 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 Das stimmt mit dem nicht. Also normalerweise hätte ich da ja jetzt bei der Überfahrt hier bitte böse fressen müssen. Ja das scheint hier alles irgendwie über außen zu kommen. Das muss wehtun. Ich werde nur noch Stützungsschalten passieren. Warte mal. Ich glaube nicht. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. So schnell kann man als kommt weg. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Wirkungstreffer. So jetzt hat er sogar seine Mission erfüllt. So 7 zu 3 mittlerweile. Sieht recht gut aus. Obwohl man es am Anfang nicht gedacht hätte. Bei dem Team. Wirkungstreffer. 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 Ah, der ging voll durch Ihre Panzer rum. Wir haben sie nicht mal angekratzt. So, es wurde mal gecuttert. Alles sei in Warten jetzt. Der ging voll durch Ihre Panzer rum. Auch wieder gecuttert. Das muss wehtun. Das war's. 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 Zu spät, schon tot, trotzdem schön gemacht, schöner Sieg. Untertitelung des ZDF, 2020